moin moin zusammen zu einer neuen runde transport fieber da oben fahren wir die autos lang dieser ausblick der sieht ja hier aus wie abschüssige bahn runter ins cargo terminal nicht so ganz da gehe ich wie so eine sommerrodelbahn das geht hier ganz schön steuer runter wenn man das von hier oben so sieht ja manch einer hat es vielleicht jetzt schon gemerkt da stehen noch die prellböcke die stehen noch da und hier ist ein bisschen was anders da und da ist ein tunnel und hier ist irgendwie gibt es einen see erstmal gibt es das hier was ich überhaupt nicht will so hier wird aber auch schon irgendwas gebaut hier wurde auch was abgeholzt da wird was gebaut hier kommt das her das seht ihr später in der folge ist aber noch nicht fertig aber das sind so sachen da will ich nicht immer eine ganze folge mit verklempern das mache ich schon eher im off das hat ja nichts mit streckenbau richtig zu tun und so da kommt dann so ein zeitraffer oder sowas ich werde mal schauen ja vielleicht machen wir dann auch schnell bevor es man dann irgendwann fertig ist in einem ganz normalen folge ohne zeitraffer also hier habe ich angefangen die tunnel gehen hier das ist zum rausführen einfach weil wir ja eben gesehen hat der güterbahnhof der steht sehr weit unten und das muss ja irgendwo hier raus müssen sie mal verteilen und die gehen hier in den tunnel die kommen hier drüben raus tunnel nummer eins weiß jetzt gar nicht wo tunnel nummer zwei rauskommt da wollen wir mal gerade gucken da hinten ach nee der ist ja den habe ich aufgehört so da bin ich fertig was ist denn jetzt hier los fahrzeug nummer 18 klingt etwas alt wir gehen mal hin klingt auch alt meine herren du darfst nicht ohne oder sieht aber nicht wie ich weiß gar nicht mehr welche das da ist blubbert hier wahrscheinlich mit standgas durch die gegend zieht aber aber nur 77 packse warum nur 77 packse da tut es aber immer diese schwankungen da drin so du bist aber jetzt zu alt du bist ein diesellöckchen aber du fährst hier ich komme jetzt gerade ach okay alles klar ist ein fett sie fährt nämlich da seit ewigkeiten details seit 35 jahren einsam und alleine auf dieser strecke pax kreimbach nieder hosenbach seit 35 jahren was hier immer die zeit vorwärts rennt ne normalerweise sollte ich vielleicht mal diesen patch installieren der das hier langsamer macht aber naja okay fahrzeug ist ja nur das eine wie sieht es hier aus finanzen sind eigentlich in ordnung fährt nicht wirklich schnell ich glaube wir brauchen da auch nicht wirklich so eine schnelle ist noch niederhosenbach 120 willst du wo wollt ihr hin ja 203 nach kreimbach meine güte du wir wollen uns später erstmal drum kümmern aber wir wollen noch ein paar städte anschließen was er aber jetzt hier macht die tun wir jetzt mal schnell ersetzen ähm was ich nicht wusste ich weiß auch nicht ob es wirklich geht wir haben ja jetzt zum beispiel hier keine diesel äh keine dampfloks mehr ähm dampfende weil wir sind aus dem zeitalter raus ich bin der meinung von jemandem gehört zu haben wenn ich jetzt die lok ersetze und schule die aber hier auf automatischen fahrzeugs ein auf 100% schalten dann wird die immer wieder ersetzt auch im jahre 2500 wenn man so will ich weiß es nicht ähm 120 was haltet ihr davon wenn wir eigentlich mal einen triebwagen diesel dahin klatschen äh 120 ähm ja was ist das für komische triebwagen hier das sind die ami und dann was bist du 40 wollen wir nicht 62 84 bin ich zu wenig und du hm 40 schon dreimal nicht 30 64 62 45 84 das ist für eine einschienige strecke eingleisige strecke ist dies ist das nichts ne und was haben wir hier bei elektrischen triebwagen ja klar auch hier ein tgw auf dieser strecke alles klar hier alles roger äh 2,58 millionen was kostet das ding uns eigentlich 2,18 millionen 2,18 millionen 5 millionen im einen 180 ist aber zu ach geht ja noch her ne 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 was kommt denn jetzt schon wieder äh 99 was ist das denn hier sind das neue triebwagen ich mach nochmal zu komm wieder auf und dich machen wir mal weg sonst störst du mit dem ton so nochmal hier ähm 99 ist zu wenig ja genau den lass ich da nicht fahren ne also dann bist es du ach dich gibts für immer und ewig naja ich meine ja die fährt aber die zieht aber jetzt nicht wirklich ähm wir nehmen die und passagiere Braucht ja nicht so viel ne Einheitswagen Die braucht nicht so viel Der kommt auf dieser Entfernung eh nicht auf Diese Geschwindigkeit von knapp 160 Das ist das Fake-Ding Wieder Fake Oder die Doppelwagen hier nochmal Die haben wir jetzt zwar schon mal Alle 38, 20, 3 Haben wir die eigentlich Na ja das ist der mit dem Und du Auch nicht so schlecht Aber nur 15, 22 Was bist denn du 33 Da könnten wir eigentlich 3 Ja 4 Stück Oder 1 2, 3, 4 Ist jetzt 5 da dran gemacht 1, 2 1, 2, 3 Ne Dann machen wir hier Sofort ersetzen Zack Fahrzeuge Lass uns das mal anschauen Ja Das ist aber wirklich Wow Manchmal aber auch geil Der Sound ist ja richtig stark Der ist richtig verschärft Fährt da seit 35 Jahren vor sich hin Wie weit brauchst du jetzt noch Bis da hinten hin Das warten wir noch Ne Und dann gucken wir uns Die anderen Was ist im Rennen Noch ein bisschen checken Das sind ja alles Äh Was ist denn eigentlich Das hier hast du zwei Und der ist auch noch 37 Das ist die gleiche Lok Ne Ja Guck mal hier Gemütlich Dahin gleiten Die müsste dann eigentlich auch schon Jetzt Wenn die 37 ist Und die anderen mit 35 Haben wir die übersehen Haben wir die übersehen Dass die Das schauen wir uns gleich noch mal an Aber ich werde noch mal Ein bisschen was bauen Ne Guck mal her Alter Hier geht es aber auch rund Dann können wir hier Mal ein bisschen schauen Wir haben hier auch hier was gebaut Ne Wie sich das hier entwickelt Nicht so schlecht Machen wir gleich mal ein Screenshot Zack Seht ihr eh nicht Weil das Stream Interface ist ausgeblendet He he So Ähm Hast du hier Ist das ein Bild Oder ist das eine KPM Und Partner K Ja gut Das ist Immobilien So Komm mal her Ach Komm Da steht jetzt Berlin dran An Die ist nicht wirklich Berlin Ne Und ich habe ja auch In dem anderen Bahnhof Den ich da gebaut habe Hä Schiebst du Kann ich eigentlich anklicken Ne Aber ich habe schon gedacht Wieso kann ich dich nicht anklicken Jetzt aber Das zieht aber deutlich mehr Ne Geht schon kräftiger Sorry Ihr habt jetzt eine bessere Verbindung Weniger Autofahren So dann Aber jetzt wollte ich gerade nochmal schauen Wenn die eine schon 37 ist Und Das ist ja Verstehe ich was nicht Warte mal Gib mir die nochmal Pax Greimbach Fahrzeuge 37 Jahre alt Zug 17 Ja Der ist nicht rot Wie lange hältst du das hier noch aus Zug 11 Ja Tut gerade vor sich hin Aber hier Betriebskosten sind Nur immer aufpassen Okay Das lassen wir jetzt mal Wir haben jetzt das eine ausgetauscht Das ist schon wieder 10 Minuten rum So denn Als das Mehr einzelne Strecke Da hinten Frauenwald Ruckel Ähm Ist das noch eine Dampflok Oder ist das hier eine extreme Diesellok Hier Das ist eine Dampflok Oh nicht schlecht Können wir dich leider nicht mehr behalten So dann Wie sieht es denn hier hinten aus Das ist eine unserer gebauten Strecken Da ist ja eine unserer großen Verluststrecken Immer noch Es ist die mit den Vieren Ne Die brauchen Die müssen wir noch Hier da Wenn wir nämlich jetzt da hinschauen Ja Aber es wird 15 13 10 Ja Es wird Ach hier haben wir schon zwei Die fahren nicht so langsam Okay dann machen wir hier noch weiter Das ist ja Du bist ein Kopfbahnhof Achso was hat man denn hier gesagt Frauenwald Frauenwald Nach Paaren Oder Ich meine Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Strecken mache Frauenwald nach Paaren Und Frauenwald nach Au Oder Nördling So viel Wären hier nicht sein Ich könnte Frauenwald nach Und von da hinten Ja der Normalerweise müsste es von da nach da gehen Also können wir hier einen Kopfbahnhof Sollte man hier nicht mal einen Durchgangsbahnhof Und Au hat aber diesen Bahnhof Der hier Mitten drin liegt Und auch ein Kopfbahnhof ist Ja Mitten drin Und nur zwei Aber wir haben hier Platz Da habe ich glaube ich was gebaut Und das ist dann im Weg Aber das ist mir jetzt mal Latte Das gucken wir uns jetzt an Jetzt muss ich aufpassen Nach da wird gebaut Und das Gebäude wird abgerissen Ist auch stark So Müssten wir aber eigentlich auf vier gehen Richtig Oh ne da geht es wieder nicht Was muss da weg Die Straße Na machen wir erstmal drei Oberleitung Das brauchen wir nicht Das sollte klappen Das sieht aus wie ein Straßencafé Ja Tschüss Straßencafé Okay jetzt haben wir hier Die haben jetzt ein Dach Interessanterweise Muss man nochmal schauen Terminals Okay ist an Das ist jetzt drei Kommst wahrscheinlich hier Aber 61 schon 61 Oh ich habe gerade wieder Eine Unwetterwarnung Auf dem Handy bekommen In dem Zug 15 Hatten wir es So Also machen wir jetzt Dann mal fix Frauenwald Au Ich sage ja Und aber mit einem So machen wir mal Stopp Sonst ist ja schon wieder rum Durchgangsbahn hoch Eigentlich ein neun Das ist übrigens ein Ne Was ist das denn Hä Hab ich eigentlich nicht den Underground Dann können wir mal einen Underground Bahnhof machen Hab ich den nicht Was bist denn du hier Ja hier im Clown Das Ding Die zwar gut aus Dresden Ja das ist der Dresden Ja den kennen wir ja Wo bist denn du hier Ach du bist der Den haben wir auch schon Viersen Was bist du Moderner Regionalbahnhof Und du Ja das ist der Frauenhof Krieg jetzt den modernen Regionalbahnhof Wir gehen einmal nach da Einmal nach da Einmal von hinten Wir machen das mit vieren Und dann Ne wir müssen schon 320 Gleistyp Vielleicht für durch Oberleitung Ja So Wahrscheinlich Ist jetzt die Straße Da wieder im Weg Mit Ach und Krach Ist doch Bombe Zack So der moderne Bahnhof In Frauenhof Hat schon mal kein Dach Ihr werdet nass Wie heißt eigentlich der Ort Hier auf diesem Seestadt Ihr werdet nass Die Städte wachsen dann erst richtig Wenn wir da auch Güter hinbringen Und die müssen wir auch hinbringen Nur Ja Ne So Bus Und dann Hier was Neues Truckstop Truckstop Alles noch zu klein Das kann man später mal Grillig mit Diese riesen Was ist das eigentlich Hier Dieses Railroad Crossing Wo sieht denn eigentlich Das aus Ne Das wollen wir schon Dreimal nicht Ähm Den haben wir schon lange Mehr gehabt Ne Der ist von Das was er aber bietet Extra large Ne Trambahnhof Ist der groß Wieso Tram Ist das nur Tram Das ist nur Tram Großer Bus Großer Bus Das ist zweimal oder was Das kann man hier noch ein bisschen schön bauen So Da kommst hin und wie immer Unser Straßendepot Wo ist denn hier die Industrie Da hinten Du wirst jetzt hier gleich Da reingesetzt Ich hoffe das passt Ohne sich was abreißt Wenn nicht machen wir es halt ein bisschen weiter hinten Naja gut Aber Und dann halt da hin Komm Hilf euch da mal Okay dann haben wir das So groß ist Frauenwald Ja noch nicht Äh Dann also Das 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 Und Immer des Trucks Gibt es das eigentlich nicht auch noch für Busse Small Bus Tramstop Fitting Format Ja ja Ne du kriegst hier Das Frauen Dingsbums Ähm Ja Ähm Wo das im Einzugsgebiet ist Eins Zwei Drei Vier Fünf Fünf Sechs Sieben Acht Meine die laufen da hin Ne Wir machen es da oben nochmal hin So Und mit der Straße Das bist du Ne Ja Komm mal hier rum Wenn der alles selber macht Ne Die wir so lange brauchen Hier Oh Dann können die hier noch rum Ne So will ich das nicht Dann machen wir so Naja Und äh Dich Machen wir So Warum nicht gleich so Ne Dann Gleich Linie Bitte Neue Linie ÖPNV Frauenhof ÖPNV 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 Frauenhof Und Eins Warum fahren wir denn Äh Äh Der fährt von da Dahin 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 So In Dahin Dahinton die streckenführung ist ein bisschen naja ok ja mein gott so und dann hier straßenfahrzeug kaufen was haben wir denn da noch passagier hier haben wir mehr von denen auch wieder die 10 der 9 der 9 gleich sind bald sind sie weg 1 2 3 4 5 6 65 kmh fahren sie können eh nur 50 fahren in der stadt so dann haben wir einmal die dann zielen wir mal rüber wo ziehen wir denn hin nach au ziehen wir und ich glaube in der folge da danach hier brauchen wir das noch nicht obwohl wir könnten hier mal gucken ob man hier das ist ja hier alles gewuselt und da ist ja nichts ja das machen wir gleich mal zeig mir das mal bitte das machen wir gleich mal zeig mir mal hier den öpnv linie bitte große sichtbare das ist öpnv au die will ich jetzt sehen und das machen wir mal kurz weg damit wir das mal besser sehen ja dreimal müssen wir den ausbauen hier da unten vielleicht noch straße ok jetzt müssen wir erst mal gucken wie man das hier am klügesten machen da ist ja nichts da ist ja gar nichts das würde ich nicht wir müssen ja erst mal hier müssen erst mal bauen so dann bitte einmal dahin sage ich von einmal dahin und hier hinten ihr kriegt auch schon und da oben fahrt der bus auch schon seine runde weil da sind sie am ausbauen solltet ihr hier auch noch rumfahren ich sag ja für die ganz faulen hunde dann brauchen wir mehr busse so jetzt müssen wir mal schauen wie wir das hier machen da oben haben wir jetzt neue der fährt jetzt hier vier fünf und neun wieso das eigentlich hier fünf heideweg heideweg da müssen wir mal schauen der soll nach der vier dahin fahren fünf sechs das muss man noch verbinden da sieben sieben acht jedes das wird mist neun wo macht er jetzt die zehn hin denn hier zehn und ja das geht ja gar nicht mit man das machen das muss man anders ganz anders machen linie hält zu wenig haltestellen jaja du kriegst gleich oh wir hauen jetzt die passagiere nicht ab das muss man ganz anders machen öPNV au du bist jetzt mal gerade im wartungsmodus der öPNV ja ich weiß dass du jetzt hier keine passagiere hast also keine strecke so bitte und so jetzt blendet mir mal bitte diese autos da aus ähm habe ich jetzt die linie zu gemacht öPNV au wo ist der busbahnhof äh oder der bahnhof du bist die eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn okay dann muss er von da wieder da runter fahren das ist natürlich aber eine aus vergessen ne elf so zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins das ist alles noch in ordnung sein ne fahrt mal bitte sind alle passagiere weg ne da die jetzt aber deutlich länger geworden ist müssen wir gerade hier ins terminal gucken was der irgendwo herum steht da im industriegebiet wie immer wir können ja noch den bus kaufen eins zwei drei vier fünf öPNV au kommt ihr da raus ja ok stop da haben wir einmal au geholfen so jetzt mit dem zug mit dem zug rüber aber das war meine nächsten folge ich bedanke mich für das zu sehen bis zum nächsten mal tschau tschau